Ja, Geralt? Okay. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Delian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Tja, das war die Warnung. Das war der Piet, zum Spiel nichts mehr machen. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Wie lieb von euch. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach. Aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterie-Regiment unter Herzog Var Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Puh. Emhyr ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Gute Idee. Ich dachte, wenigstens bei dir kann ich mich drauf verlassen, dass du mich ernst nimmst. Das tue ich auch. Das weißt du. Du hast keine Chance, Eridin zu besiegen. Verdammt, ich weiß nicht mal, ob ich eine habe. Also bleib weg von ihm. Weit weg. Cirael, schwörst du, am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja. Das ältere Blut kann feurig sein. Guten Tag, Zurek. Ja, ich denke mal, ich habe hier jetzt das letzte Mal den Kommentar gekriegt, es wird kein Zurück mehr geben. Überzeugt hat sie nicht geklungen. Nein. Aber ich kann sie schlecht fesseln und wegteleportieren, oder? Von dem Versuch rate ich klar ab. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Booten und den Soldaten auf dich. Es sei denn, du willst jetzt schon mitkommen. Ich könnte ein paar Tränke gut gebrauchen. Geh, ich komme bald nach. Lass dir nur nicht zu viel Zeit. Tja, wie ich schon gesagt habe, ich gehe jetzt die ganze Zeit in den Kommentar. Es ist jetzt wirklich die letzte Möglichkeit. Gut. Alchemie bin ich einverstanden. Scheiß auf Absuz. Scheiß da drauf. Scheiß da drauf. Bombe. Okay. Ah, ich habe keinen Tänz. Ja, okay. Tränke. Äh... Zeichenintensität. Äh... Oh, verbesserte Schwalbe. Vollmond Erhielt die maximale Vitalität Hebt eigene Vergiftung So wie effekte andere Tränke Vollständig auf Das hätte ich aber damals craften sollen Als sehe ich die Katze die ganze Zeit Hat er schwarzes Blut Ähm Ich kann jetzt abspeichern Und dann anschließend auf diesen Punkt zurückkommen Und meine ganzen Nebenquests machen Denk ich mal Ich weiß nicht wie das ist mit dem Spielende Da bin ich jetzt noch gespannt Geisteröl Ich denke mal Das sind Geister Ich guck kurz Wilde Jagd Ist nicht dabei Oh fuck Konstrukte Hunde der wilden Jagd sind zum Beispiel Konstrukte Ja okay dann brauch ich das Öl nicht Spielstand Speichern Und damit habe ich heute Letzten Speicherstand erstellt Inleeren Oh das muss ich Das habe ich noch nicht gewusst Das ist so zu wissen Und ich sollte übrigens noch eine weitere Bombe In meinen Platzhalter reinwerfen Das hat sie dann Die Beinzündung explodiert Oh Oh Nicht schlecht Also Geralt Bereit? Los geht's Schnappen wir uns die Bastarde Das ist so schwer Die Die Die